Yes und damit das Video, was ich euch von gestern schuldig bin und zwar Leo, wo warst du die zwei Monate? Ich hatte ja angekündigt, dass ich mich in die Sommerpause verabschieden werde in dem Zeitraum, wo die meisten von euch sowieso ihre Sommerferien haben. Da interessiert euch wahrscheinlich Informationen in Bezug zu eurem Abitur relativ wenig und ihr seid vielleicht sogar froh, wenn euch nicht jemand damit zu bombardiert. Und deswegen hatte ich mich dazu entschieden, eine Pause zu machen. Die hat auch persönlich mir sehr, sehr gut getan. Viele von euch hatten ja auch immer mal wieder gedacht, so, yo Leo, das ist echt krass, wie viel du machst, wenn du willst, nimm dir auch gerne mal eine Pause. Das hat mir auch sehr, sehr viel bedeutet und mir auch sehr, sehr viel geholfen, in dem Prozess mir überhaupt mal eine Pause zu nehmen, weil ich weiß nicht, wie viele von euch sich in so eine Situation reinversetzen können. Aber auch wenn ihr alle freiwillig hier seid, habe ich trotzdem einfach ein großes Gefühl von Verantwortung, weil ich ganz genau weiß, dass einfach es nicht viele Personen bis nahezu niemanden gibt, der zu diesem Thema Videos macht und auch vielleicht in so einer Frequenz und so einer Qualität vielleicht auch. Und dementsprechend das kombiniert damit, dass ich dadurch, dass ich einfach auch sehr, sehr eng an euch dran bin, sei es über YouTube-Kommentare, sei es über die Instagram-Nachrichten oder auch Coaching-Teilnehmer, Bewerber, die wir für unser Coaching haben, was auch immer. Oder auch wenn ich an Schulen bin oder wie auch immer, ich merke ja den Schmerz, der bei so vielen von euch da ist, sei es, weil man das Gefühl hat, man macht unendlich viel, aber die Noten kommen nicht dabei rum. Weil man das Gefühl hat, oh, irgendwie setzen mich meine Eltern, meine Lehrer, die Gesellschaft unter Druck, dass ich ein gutes Abi haben müsste, aber eigentlich will ich gar kein gutes Abi haben. Oder ich weiß nicht, wie ich lernen soll. Oder ich habe Angst vor Prüfungen oder was auch immer. Ich merke das ja. Ich meine, bei vielen von euch hängt ja am Abitur einfach eure Zukunft, euer Traumstudiengang. Und dann für mich auch zu sagen, hey, ich gönne mir selbst jetzt auch mal Ruhe, ist dann schwierig, weil ihr wollt halt nicht, ich glaube, viele von euch wollen nicht wissen, was ich halt auch schon für Instagram-Nachrichten bekommen habe, sowohl inhaltlich, als auch wenn manche mir per Instagram eine Sprachnachricht geschickt haben, wo du merkst, wie jemand nachts um zwei Uhr heult wegen seinen Noten oder auch wegen anderen sozialen Themen. Das ist schwierig für mich. Das ist schwierig für mich. Ich bitte euch bitte auch, mir keine Sprachnachrichten in Instagram schicken, weil sie dauern einfach zu lange zum Abhören. Deswegen tut mir leid, ich werde die aber mittlerweile nicht mehr abhören. Nur bevor ich da jetzt irgendwie wegen dem Video jetzt zehn Sprachnachrichten bekomme, die dann insgesamt 30 Minuten dauern. Und deswegen wollte ich mich an der Stelle auch nochmal bedanken, weil die eine Sache ist es, wenn ich merke, dass euch die Videos helfen und ihr euch dafür auch bedankt. Das ist einfach immer schön. Ich glaube, ich kenne jetzt niemanden, der YouTube macht, der sagt, mir ist das eigentlich egal. Es ist immer ein schönes Gefühl, Experte, Coach, Speaker, YouTuber zu sein und dann auch zu merken, dass die Dinge, die man tut, dass die auch wirklich ankommen. Übrigens, wenn ich jetzt die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut habe, das ist einfach unser Garten. Ich bin ja aktuell noch bei meinen Eltern aus der Sommerpause daheim. Und ich habe da, weiß ich nicht, zwölf Jahre lang hier meine eigenen Schulsachen gelernt. Ich weiß nicht, wie oft ich hier diese Bäume anguckt habe und die Verzweiflung über irgendwelche mathematischen Formeln gespürt habe. Aber jetzt versuche ich wieder mehr in die Kamera zu schauen. Ja, und deswegen, wie gesagt, das eine ist, wo man sich natürlich geschmeichelt fühlt, wenn man merkt, hey, okay, es fühlt sich mega gut an, dass die Videos so viel helfen oder auch, wenn die Coaching-Teilnehmer richtig krasse Durchbrüche haben. Aber auch gleichzeitig, dass ihr ein selbstloses Verständnis dafür habt, wie es mir als Person geht. Und das, finde ich, macht unendlich viel aus. Weil natürlich mag ich eine Person, die mir hilft. Auch ich schaue ja von vielen Leuten YouTube-Videos an, die mir unglaublich viel in meinem Leben helfen. Natürlich, wenn eine Person mir einfach so geholfen hat, habe ich immer einen positiven Bezug zu dieser Person. Aber gleichzeitig auch von vielen von euch dieses Verständnis dafür, dass auch der Coach oder auch der Experte oder auch der Speaker oder was auch immer sich mal zurückzieht. Dafür möchte ich euch einfach danken, weil es ist eine Sache, die mir persönlich sehr, sehr schwer gefallen ist. Und ich muss einfach nur sagen, dass es einfach eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Weil ich fühle mich unglaublich ausgeschlafen. Ich fühle mich wieder frisch einfach. Ich fühle mich wieder frisch. Es ist nämlich auch mal gut, einfach mal zwei Monate überhaupt nichts zum Thema Abitur zu sagen. Weil ein paar Dinge connecten wieder neu. Du siehst Dinge nochmal neu. Ich habe natürlich ein paar Coaching-Teilnehmer weiter für euch nicht sichtbar sozusagen weiter betreut und so. Aber trotzdem, es ist einfach wertvoll gewesen. Jetzt natürlich die Frage für euch, was habe ich denn gemacht? Ich war sehr viel Zeit hier daheim bei meinen Eltern und habe da nichts gemacht. Also es war nicht nichts, aber von außen betrachtet könnte es nichts gewesen sein. Ich habe mir viel Zeit genommen, um mich sehr intensiv mit mir selbst auseinanderzusetzen. Weil ich das eine, ist meiner Meinung nach auch mit die wertvollste Sache, die man machen kann. Wird auch in den weiteren Videos noch mehr einfließen, weil ich da sehr viele tiefgehende Erkenntnisse auch machen durfte. Und die glaube ich auch euch unglaublich weiterbringen werden. Genau, das heißt einfach sehr viel Inner Searching. Wer Shadow Work mal bei Google eingeben möchte, ist ein sehr tiefgehender Prozess, für den man auf jeden Fall mental, also wirklich Schatten, Arbeit, aber nur auf Englisch eben Shadow Work, ist ein sehr tiefgehender Prozess, für den man auf jeden Fall mental auch sehr stabil sein sollte. Aber wenn man es ist und aktuell das Gefühl hat, man möchte sich damit auseinandersetzen, kann es unglaublich viel bewirken. Ich war auch eine Woche in Malta mit meinem Bruder und mit meinem Vater, was sehr sehr schön war. Natürlich auch noch ein paar andere Dinge gemacht, aber es sind jetzt halt ein Haufen Einzelheiten, die ich jetzt nicht alle aufzählen brauche. Ja, es war einfach schön auch wieder viel für mich selbst sein. Ich habe zum Beispiel auch ein 10-Tages-Meditations-Retreat gemacht. Das war, glaube ich, spannend. Also ich habe wirklich 200 Stunden am Stück geschwiegen, jeden Tag 7, 8, 9, 10 Stunden meditiert mit ein paar spirituellen Lehrern, die dir quasi auch noch ein paar Hinweise und ein bisschen Führung für deine Meditationspraxis und auch dein Leben geben. Ja, und ich habe einfach das Gefühl, dass ich, ich war davor schon immer jemand, der, glaube ich, ehrgeizig war. Ich glaube, ich war eine Anführer-Persönlichkeit, hatte auch immer extrem viel Disziplin. Ich habe mir gerade eben nochmal einen meiner Vlogs angeschaut, der im letzten Jahr entstanden ist. Und ich schaue mir die Bilder an und denke mir, Junge, Alter, du hast einfach so krass Gas gegeben. Also wirklich einfach nur Gas gegeben. Ich habe da in meiner Wohnung in Düsseldorf gechillt und einfach bin morgens aufgestanden, Morgenroutine gemacht und dann einfach alles reingesteckt, um euch den maximalsten Value zu geben. Das ist 12, 14 Stunden dann jeden Tag. Essen und Sport dazwischen noch. Abendroutine wieder schlafen gegangen, wobei es gab dann eigentlich keine Abendroutine mehr, das war einfach schlafen. 8 Stunden Schlaf, Essen, Sport und der Rest alles nur für euch. Day in and day out. Wirklich was für 365 Tage durchgehen. Natürlich habe ich auch ab und zu Zeit mit einer Freundin verbracht. Zum Glück habe ich auch ein paar Mal meine Familie gesehen. Und ein, zwei Freunde, aber ansonsten einfach immer nur ihr. So, einfach immer nur ihr. Und es wird halt auch einfach so weitergehen, ohne dass ich mich jetzt als den Messias sehe oder als, wie soll man sagen, als diesen absoluten Gutmenschen. Ich mache es, ich habe ja mit YouTube nicht angefangen, weil ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, ich muss so vielen Leuten helfen, sondern ich hatte einfach selbst Bock darauf, YouTube-Channel zu starten. Ich liebe es einfach, das Leben besser zu verstehen. Ich liebe es zu coachen. Und natürlich ist es auch mega geil, einfach auch diese Communities aufgebaut zu haben. Ja, zu sagen, ja, ich habe einen YouTube-Kanal mit über 30.000 Abonnenten. Ja, ich kann hiervon sehr gut leben. Und all solche Sachen. Und ich bin einfach, ich bin ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, mir auch in den letzten zwei Monaten am meisten bewusst geworden, ich bin einfach wahnsinnig stolz, dankbar und erfüllt. Dafür, was ich in den letzten ein bis zwei Jahren geleistet habe. Dafür, wie sehr mich manche Menschen auch auf diesem Prozess unterstützt haben. Diejenigen, die in meinem Team sind oder waren, ihr wisst es, ich werde eure Namen jetzt nicht alle aufzählen, aber danke an jeden Einzelnen von euch für die Einzelne Sache, die ihr für dieses Projekt auch getan habt. Dankbar auch einfach für euch, weil, ja, es ist einfach geil. Es ist einfach geil, Leuten weiterhelfen zu können. Es ist geil, auf der Straße angesprochen zu werden und zu sagen, hey, du hast mir nicht geholfen oder die Kommentare zu bekommen oder was auch immer. Und ich war vor der Sommerpause sicherlich irgendwann ein bisschen so anstrengend, so viel und so weiter. Und deswegen war die Sommerpause auch gut. Gut, aber ich habe in der Sommerpause vor allem auch eine Sache realisiert und zwar, wie überhaupt nicht selbstverständlich ist, das hier ist, dass ich in dieser Position bin. Ich habe es mir zu 100% verdient, das weiß ich, weil ich die Ergebnisse hier für diejenigen schaffe, die in unser Coaching kommen, weil euch die Videos so sehr helfen und ich auch einfach weiß, wie sehr ich dafür gearbeitet habe. Ja, aber dass es kein Grund ist, es für selbstverständlich zu nehmen und ich habe es einfach ein unglaubliches Gefühl. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, seit zwei Jahren aus der Schule raus und lebe meinen Traum und das ist mir ganz, ganz groß nochmal bewusst geworden. Und es ist einfach so ein Privileg für mich, sei es durch die Videos, sei es durch die Coachings, einfach jeden Tag Menschen, die in ziemlich genau der Situation sind, in der ich selbst vor drei, vier Jahren war, einfach so stark weiterhelfen zu können. Und deswegen war es jetzt in den letzten zwei Monaten sehr wichtig, um wieder den Tank aufzufüllen, sehr wichtig, um einige Dinge besser zu verstehen und auch zum Beispiel unser Coaching-Programm nochmal zu überarbeiten. Da habe ich auch in letzter Zeit nochmal viel Arbeit reingesteckt mit vielen Coaching-Teilnehmern gesprochen, die das Ganze schon durchlaufen haben, um das Ganze nochmal einen Ticken besser zu machen. Ja, und jetzt wird es einfach weitergehen. Für all diejenigen, die jetzt teilweise schon seit ein, zwei, drei, vier Monaten manchmal auf den Anruf warten, weil sie sich für unser Coaching-Programm beworben haben, wir werden uns bei euch melden. Ja, jetzt geht es wieder los. Wir werden uns bei euch melden. Deswegen, offensichtlich ist ja nicht so viel passiert, weil wir in den letzten zwei Monaten offline waren und auch wir irgendwas, ich weiß nicht, im Kopf, irgendwas zwischen zwei und fünfhundert Bewerbungen in zwei Monaten oder so bekommen hatten. Deswegen, da wurde es ein bisschen schwierig. Aber, das ist der wichtige Punkt, der für mich hier an der Stelle ganz, ganz wichtig ist. Es kann sein, dass es manchmal länger dauert, bis wir euch anrufen, aber ihr könnt euch zu tausend Prozent sicher sein, dass wir euch anrufen. Ja, vielleicht dauert es manchmal, aber wir werden euch garantiert anrufen und ich kann euch auch versprechen, dass das jetzt einfach sehr bald passieren wird. Also, für all diejenigen, die sich noch nicht beworben haben und sich zum Beispiel jetzt bewerben wollen, könnt ihr gerne im ersten Link in der YouTube-Beschreibung machen. Wenn ihr euch jetzt bewerbt, werdet ihr auch relativ zeitnah angerufen werden. Ja, es wird maximal ein, zwei Wochen dauern. Allerhöchstes, weil wir jetzt halt gerade noch die ganzen Nummern abtelefonieren müssen. Aber wenn das erstmal passiert ist, dann werden wir eigentlich jede Nummer oder jede Bewerbung oder was auch immer reinkommt, werden wir es binnen Tagen auch dann erreichen können. Und ja, deswegen, wenn ihr das tun möchtet, gerne unten eintragen. Ich werde es ja in genug Videos jetzt auch sagen, weil das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt für mich. Ich habe auch nochmal stark die Grenzen von YouTube erkannt. Das bedeutet, der YouTube-Kanal wird weiterhin meine absolute Leidenschaft sein und ich liebe diese Community hier. Aber ich habe YouTube, sage ich mal, auch schon sehr, ich meine, wir haben jetzt schon 400, 500 Videos gemacht, sehr gemeistert, sage ich mal. Das bedeutet, ich weiß genau, wie man ein gutes Video macht. Ich weiß ganz genau, wie die Prozesse hinterlaufen und all solche Sachen. Und das werde ich einfach weitermachen. Aber wo ich merke, wo man noch viel mehr bewirken kann, ist halt wirklich durch unser Coaching-Programm. Deswegen wird da auch der Großteil meiner Energie reinlaufen. Und das bedeutet natürlich auch für diejenigen von euch, die sagen, ich will, dass Leo mir maximal hilft. Nicht nur, ich will jeden Abend mal kurz ein Video von ihm sehen, sondern ich will ihn wirklich als meinen persönlichen Coach, der mich zu deren Abiturschnitt oder den Noten bringt, die ich haben möchte. Und das ohne Stress, mit viel Freizeit, dass ich in dem Prozess auch ein gutes Gefühl habe. Dann bewerbt euch auf unser Coaching. Wie gesagt, Link unten in der Beschreibung. Und ja, weil ich will Coach sein und nicht YouTuber. Das ist mir auch sehr, sehr bewusst geworden. Und diesem Prozess werde ich auch weitergehen. Deswegen, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Bedeutet mir wahnsinnig viel. Und ja, jetzt geht es wieder los. Ich bin pumped. Schreibt mir gerne, was ihr zu meiner Entwicklung denkt in die Kommentare. Schreibt mir gerne auch, was bei euch abgeht, wie es euch gerade geht, damit ich wieder ein bisschen mehr ein Feeling für euch bekommen. Und ja, wie gesagt, bewerbt euch gerne aufs Coaching. Deswegen, ab jetzt werden, auch wenn die Bewerberzahlen sehr hoch sind, wir uns sehr schnell darum kümmern, dass wir mit dir telefonieren, sprechen. Alles vollkommen unverbindlich, um zu gucken, ist das Coaching-Programm das Richtige für dich? Können wir dir weiterhelfen? Wie können wir dir weiterhelfen? Und ja, deswegen, ich freue mich auf euch. Denkt dran, ich glaube an dich. Wir beisehren uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene. No, my city's blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.